durch die tube genau war zwar überhaupt nicht das was ich gemeint habe ja bei meinen wir nicht gegangen bin der nirgendwo hingeführt der ja auch nicht so richtig doch natürlich auch das war knapp ja 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 nie nicht wirklich okay doch dass heruntergefallen sondern gefallen blut hier ist alles voller scrap metal sachen so viel aha oh fein fein aber ich habe mich gerade richtig erschrocken von mir gerade da wird ein roboter mir vorbeilaufen ist er in der team aus weiß er nicht gasolin alter gas gas in die gas musik im spiel ja so ein bisschen geplänkel ist da ich glaube ich so mein inventar ist voll musst du mitnehmen immerhin die option gucken auto ich glaube ein bisschen lauter kann ich bei mir auch noch mal ein bisschen hoch ich höre von der musik gar nix aber in game allgemein bisschen lauter ja komm es war es audio hier gibt ihm max alles auf maxima jente kann laut musik kann auch ein bisschen lauter effekte bleiben runter gui so bist du jetzt bist du jetzt denn ist eine fette kuh hinterher fette kuh wo bist du wirst du komme schnell schnell bevor die kuh weg ist hier sind roboter die jagen kuh was machen die mit den kühen die armen kühe wird gar nicht cool diesen gebrannt markt und haben euter auf den kopf das heißt die laufen noch läuft auch nicht aus der nas oder was wo sind die gebrannt markt hier stimmt tanscheik das sind die drinks hier ne ist das krank das heißt die werden hier auch produziert auf dem planeten oder was ja wahrscheinlich muss ja das genau bedeuten kann man die töten kann man die irgendwie kann man damit interagieren möchte sie eigentlich nicht hauen eigentlich auch nicht aber ich tue was ach komm hör auf es tut mir so leid nein okay so nicht auch gott sei dank glaub ich bin so ein bisschen ich dachte gerade das wäre aber gemein gewesen und meist manchmal ist das kleine mikro ja mikro ja also nicht nicht ist so wenn ich irgendwo darauf hauen und dann alles auf ploppt das ist ganz kurz erst mal lädt das ok kann natürlich sein dass es irgendwie auch server wahrscheinlich ist ja gehe ich von aus ich muss ich habe es nicht ich muss aber auch sagen es läuft weit weit besser als damals in den in den normalen spielversionen fand ich ja da haben sie auch einiges optimiert muss man sagen kein platz mehr im inventar verdammte kacke wir sollten echt irgendwo hin ja ist ja die frage ob wir jetzt schon irgendwo sesshaft werden sagen wir so wir können uns ja irgendwo erst mal niederlassen und wir werden dann bestimmt noch mal umziehen ich gehe hundertprozentig doch ja ich auch aber wie die frage ist ja auch wie wir können ja nichts bauen oder können wir irgendwie doch was bauen was sagten haare how to play auto bild ein auto hebebühne yo bossen sitz yo bearings lift connection tool ach hier ist das connection tool das können wir uns aber noch mal angucken wenn wir es wirklich brauchen aber ja gut kann natürlich auch sein dass wir erst mal weiß nicht wollen wir da mal der straße folgen einfach mal über den hügel gucken oder so machen wir eh schon einmal über den hügel zäune zu teppern ja wo bist du denn noch da straße ich verliere dich immer so schnell aus den augen warum vielleicht sollte ich mal mein field of view erhöhen was ich gerade gesehen habe du hast ja auch rote haare ja natürlich geil hast du das selbe gesicht wie ich warte guck mal an nee okay du hast das erste gesicht nicht kann sein ich habe das mit den freckles genommen gut ist aber auch schon wieder 18 uhr oh man ich überlege gerade haben wir oh ich habe gerade klar ich auch siehst du dann liegt doch an dir ja nachgeladen oder so we do all the best their work while you collect all the profit ach so guck dir das mal an hier die harvester roboter also typisches ding automatisierung ja menschen wollten sich einfacher machen was haben sie gemacht kacke haben sie gemacht da hinten ist noch eine scheune und da wird wieder eine kuh verprügelt rette die kuh nein sie haben die kuh getötet was ihr schweine ja aus einer das real was ist real skynet ach so ich refine das hier mal vox steak ich glaube ich sauf noch mal eben ein bei mir seufst du eine karotte kannst du eigentlich das mitnehmen das fleisch ach so ja ich dachte du sollst du gerade was damit du es kann ich gar nicht trinken hast du gar nicht trinken wie kotzen möchtest was auch immer das ist können sich da eingesammelt habe können die ganzen wald abholzen oder was ich da theoretisch glaube ich schon diese riesenbäume an hier warte mal alter steht ernst alter sowas gefällt mir sowas gefällt guck mal wirst du hallo am horizont was das denn hier ist gerade dunkel ist aber hier links erstmal in die in die ruine ja wo der hunde seine attacke hat den böter aha alles gute kommt vom oben ich will die gabel ich will auch die gabel so eine gabel wäre geil so als lanze so einfach vorweg batz batz ha on bearing sehr gut was sieht's ja was ich noch mal überlegen wollte die ganzen sachen die du ja im normalen modus gebaut hast kannst du die hier dann eigentlich auch bauen also wenn du das werkzeug hättest ich meine da hast ja auch anleitung für oder oder sowas oder ja ich habe die ja gespeichert als blueprint ja normalerweise kann man die auf dem lift laden sozusagen aber hier habe ich gar nicht die option was vom lift zu laden also weiß nicht ob das vielleicht später noch kommt dass man das machen kann oh hier ist eine kiste aber ich könnte mir auch vorstellen dass sie das getrennt haben das wäre natürlich ganz geil eigentlich dann kannst du irgendwann deine eigenen sachen nochmal wieder bauen ich meine das wäre echt geil das so krasse sachen da ja schon gebaut gehabt was war das dein eintakter nein was war das für ein ding du meinst den motor ach so ja genau was für ein motor war das ich habe etliche motoren gebaut einfach motoren ja was weiß ich V8 motoren Boxermotoren alles mögliche halt irgendwie ja diesen standard motor den zu als blog gibt damit ersetzt also einen richtigen motor einfach gebaut ja so dass man sozusagen da auch die bewegungen des motors selbst auch noch mit anschauen konnte das war ganz schick ja nicht so effizient aber es war schick anzusehen allein dass man das machen kann ist ja schon krass ja super geil also die physik engine hier ist echt nicht schlecht kann man schon einiges bei anfangen da war das drin da war was drin da war was drin ja ich glaube schon hat irgendwas geleuchtet bin ich blöd oh hier kann man rein yo was ist das denn ich will es auch sehen ok ja leuchteblumen ok ja gut ja hätte ja was sein können ja ich dachte auch erst mal ey au du hast mich hier in den Baum geschlagen duck dich duck dich ok also ich habe vieles bis jetzt durch ducken lösen können die Verstopfung löst sich beim ducken gut oder hinten ist der Werkzeugschlüssel da rechts sind Viecher und sie kommen auf uns zu oder oder nicht ne ja naja ja nein vielleicht irgendwas oh ja ich will jetzt wissen was beim Werkzeugschlüssel ist ich auch auf zum Schlüssel oh vielleicht kriegen wir da ja so ein Tool noch oh ja das wäre geil kann man eigentlich schwimmen ja hast du doch vorhin schon gemacht oh man kann ja sogar tauchen oder hinten ist was unter Wasser was qualmt da ist irgendwas untergegangen ach du scheiße ja gut ok da haben sie ja schon eigentlich ziemlich viel eingebaut muss man ja ganz ehrlich sein ja mega geil also vorher gab es halt auch noch gar kein Wasser es gab gar nichts es gab eigentlich echt nichts in der Welt du konntest da ein bisschen oh achso ich dachte gerade das ist ein Mensch aber das ist ein Viech ein Robo derp ja er sitzt da in seinem Hotelzimmer genau hackt auf den Boden ein naja also ich hoffe es ist der Boden ne das sind Menschen oh wollen wir nochmal rein oh yes alles klar wähle deine Tür eins zwei oder drei welche Tür ist frei letzte Chance ob du wirklich richtig stehst siehst du werden die Tür aufgehen genau das Licht ist ja überall und los ohne Battery ja wir haben dich durchs Fenster gesehen aha du Spackle oh der Kopf ist hier langgerollt aber Inventory ist voll ah ich nehme die Batterie wir brauchen irgendwo einen Schrank oder eine Kiste ja jetzt ist meins auch voll ich schlackere mich hier hin oh kann man da oben hin Respawn Point Saved okay was achso ist jetzt unser Respawn hier das ist ja auch nicht schlecht das heißt mit dem Bett können wir den Respawn Punkt setzen kann man das Bett eigentlich abbauen stimmt ne ne schade leider nicht ist das auch ein Bett nein das ist ein Tisch ups ey ich mach schon okay guck schon mal in die anderen Türen aber hier ist nix nix hier nix hier nee hier ist nix FBI open up aua aua ich hab mich grad mit der Tür selbst weggeballert çaGO da ist ein Beehive alter Mann alter Mann alter Mann alter Mann am Arsch guck mal ein Beehive will ich da hin behave alter kann man das abbauen Oh, mein Inventar ist voll, ey. Probier's mal. Hallo, ihr Bienen? Ich hau da mal gegen. Oh. Okay, scheinen die relativ wenig zu stören. Ich hau da noch mal gegen. Beewax. Oh, I need it. Bisschen Korn weg. Ich werf mal einen von meinen Eimern hier weg. Oh, ich war schon gierig. Ach so. Da ist noch, oh, hier noch ein Korn. Ach so, hast du weggeworfen, sagst du? Ja. Porn, Porn. Okay. Da geht's rein. Uh, was ist das für eine fette Garage? Alter. Ui, 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 ui. Schön. Schön. Ganz neue Möglichkeiten. Krass. Das ist jetzt hier der richtige Workshop, ey. Hier ist doch mal die... Hä, ich hab doch eine. Batterie rein? Hier ist echt keine Musik, oder? Nix? Nee, gerade nicht. Also vorhin hat die bei mir rumgeplänkelt, aber jetzt hört man gar nichts mehr. Ach, hier ist wieder so ein Roboter. Ah, man kann sich ein Craft-Bot hier bauen. Oh, was? Ja, ein Cook-Bot, ein Craft-Bot, ein Refinery-Bot. Resource-Collector. Aha. Perfect for collecting and stacking locks. Nice. Boah, den brauchen wir. Was brauchen wir dafür? Was ist das? 0 von 30. Was ist das? Kannst nicht sehen. Keine Ahnung. Kannst irgendwie sich anzeigen lassen, was das ist? Wo denn? Ach, der. Irgendein Metall oder so, glaub ich. Nice. Ich hab keine Ahnung, wie wir an ein normales Metall kommen. Es sind ganz viele verschiedene Metalle, die man da braucht. Aber vielleicht müssen wir erstmal echt ein Craft-Bot bauen. Hm, da geh ich auch von aus. Gut. Hast du noch diese, also Scrap-Metal hast du bestimmt noch ein bisschen, weil ich hab 80 von 90. Ich hab 70 von 90, ja. Hast du die ganzen, du hast doch diese Leiterplatten, oder nicht? Ja, mir fehlt noch eine von den grünen. Ja. Und ein, äh, sieben von den Kids da. Die Kids hab ich sechs Stück. Ah, schade. Dann brauchen wir noch einen einzigen. Warte mal, ich geb die erstmal hier. Zack. Und wo sind meine Kids? Kids, 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 Kids. Wo sind meine Kids? Da sind meine Kids. Yes. Gut. Ja, geil. Ja, dann müssen wir doch noch auf jemanden raufkloppen hier. Ja. Ja. Ich hab hier doch vorhin noch welche gesehen. In der Ferne. In der Ferne, in der Ferne. Oh, da hinten. Lass mal zum Turm da gehen. Oh. Ich mag so eine, so eine großen, große Gebäude in der Ferne. Finde ich immer genial. Da freut man sich immer, wenn man so darauf zuläuft, oder? Ja. Hat man immer ein Ziel. Genau. Und man so, oh geil, guck mal, ein großes Gebäude. Oh, da müssen wir hin. Oh, schön. Oh, da läuft doch schon was. Oh, da hinten ist eine Insel. Da müssen ich auch da hin, Marco. Insel? Oh, wie, was? Ja, eine Insel. Ja, wahrscheinlich nicht im Land. Guck erstmal ins Land. Oh, da eine Insel. Oh, was ist los hier? Oh, Leck. Oh. Aua. Der hat den Leck genutzt, der Arsch. Uh. Hast du gerade mehrere hier. Wo ist der andere? Oh Gott. Wo sind die anderen? Oh, wie viele kommen da? Holy shit. Aua. Nein. Nein. Ich auch. Fuck. Oh, da liegt eine Leiterplatte. Oh Mann, ey. Oh, warte mal. Wir respawnen ja im Bett. Yo. Hat funktioniert. Was haben wir dadurch eigentlich noch? Ah, nein. Wir haben alles verloren. Ach so. Ach du Kacke. Rucksack liegt da hinten. Oh. Den brauchen wir wieder. Dark Souls. Oh nein. Ist ein Souls-like. Ach so. Aber Werkzeuge behält man. Das ist schon mal ganz gut. Also dieses komische Wire-Tool haben wir trotzdem noch. Jo, stimmt. Dark Souls. Was denn? Ihr verliert alles. Die Frage ist, was passiert, wenn man das zweite Mal stirbt? Das ist wirklich eine gute Frage. Ich pick erstmal meinen... Ja. Oder kommen sie an? Oh Gott. Laufen. Holy shit. Gott. Wie weit bin ich besser. Oh, wir haben sie. Wir haben sie. Also du hast sie auf jeden Fall. Bist du tot wieder? Ich bin Kilometer weit weg geflogen. Äh. Hallo. Kann ich nicht einfach sagen, alles aufheben? Du musst jetzt ernsthaft alles anklicken? Oh. Oh Mann, ey. Nicht so ein Auto-Loot-All oder sowas? Gut. Egal. Haben wir. Egal. Shift und Makro. Schnellfeuer Makro. Ah, verdammt. Hätte ich machen können. Habe ich nicht. Verdammt. Bin zu blöd. Doof. Dumm. Alter, ich bin dumm. Was geht? Du hast die Leiterplatte, oder? Ja. Aber wir haben jetzt zehn Leiterplatten. Das ist richtig gut. Nice. Aber ich glaube, uns fehlt noch ein Kit. Hier so ein... Warte, warte. Genau, ein Component-Kit. Echt? Ja. Ich hatte sechs Stück und hattest du nicht auch sechs Stück? Ja, ich hatte drei. Ach so, scheiße. Ich hatte ein paar mehr von den Leiterplatten. Oh, hier steht ein Eimer am Wasser. Okay. Wenn du noch Platz hast, nimm ihn mit. Ja, dann habe ich wieder meinen Eimer zurück, den ich vorhin abgestellt habe. Oh, ich bin hungrig, sehe ich gerade. Und ich habe ein Component-Kit gefunden. Oh, ja, stimmt. Essen muss ich auch noch. Ja, ja, ja. Schöne Karotte knurrt man hier an. Oh, ja. Ach, komm, ich fress alle. Ja, ich auch. Komm, ich gucke Platz. Marco. Oh? Hey. Hier. Was? Hey. Ach so, hey. Oh, Mann. Das hat aber gedauert. Hat echt lang gedauert. Entschuldigung. Hey, hier ist noch mehr. Was ist denn, wieso sind hier alles vorher hey? Hä, wie gesagt, du hast eine Maske auf. Egal. Oh, geil. Das ist ein Kit gewesen. Echt? Ja. Nice. Das ist so eine Box. Box im Hey. Hey. Oh, noch eine. Beliebtes Versteck. Hier oben ist sonst nur... Oh, ganz viel Heu. Ich habe keinen Platz mehr. Fuck. Kann man da hin? Hast du noch Platz? Ach so, Peps. Hast du auch ein bisschen Peps? Ja, habe ich. Das ist gut. Hier ist nämlich noch... Hier. Hier ist noch eine Kiste. Oh, Tomaten. Hey, kann ich das nicht aufheben? Hallo? Ach so, jetzt. Ach so, hier oben ist nichts mehr. Ja, warte. Weiß ich nicht. Da oben ist noch Hey auf dem Turm. Ja, stimmt. Kann ich da mit einem... Warte mal, ich kann das bestimmt... Hä, was... Hä? Wieso ist denn da oben Hey? War das ein Hey-Speicher? Aber warum? Geil. Das ist richtig gut, ey. Nein. Oh, ich bin dumm. Ja, das weiß ich. Kann ich da rüberspringen? Oh Mann, ey. Ich sieg den Ast ab, auf dem ich gerade sitze. Kann ich den... Ja, 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 ja. Es geht, es geht. Hallo. Was? Ist das jetzt was? Weiß ich nicht. Nein, selbst wenn... Scheiße. Dann lass mich mit drauf. Geht das? Stehst du drauf? Ja. Oh nein. Au. Oh nein, ich komm nicht höher. Aber ich hab hier ne verdammt gute Aussicht hier oben. Okay. Dann sag mal an, in welche Himmelsrichtung... Ja, wir haben keinen Kompass. Ja, also es gibt... Ja, ziemlich viel. Also Straße weiter hoch, die A38. Ja, ja. Da hinten ist nämlich noch ein riesengroßer Hof. Hier rechts am Wasser ist noch so ein Heuspeicher. Dann gibt's da hinten noch drei Inseln, auf die ich echt gerne mal rauf würde. Die Frage ist, wie weit wir... Will ich runter springen? Tut mir das weh? Wie tief kann ich sinken? Aua. Tut ja weh. Nö, geht. Oh, hier ist ja noch ne Kiste. Warum hat die keiner mitgenommen? Oh. Oh, ich hab noch so ein Komponent-Kit. Ach, super. Haben wir jetzt alles? Ja. Ich glaub schon. Uh, ich hab mich verlaufen. Uh. Ach so, ich dachte, du hast was gefunden. Äh. Ja. Hallo. Hallo. Ja, wollen wir ein Craft-Bot bauen sonst? Ja, ich wollte mal eben kurz zum Wasser. Ah, ja. Ah, ich bin voll. Ach so, ja. Mann, ich brauch unbedingt... Wir bauen ein Lager. Das Ding ist, wenn wir die ganze Zeit... Ja, auf jeden Fall. Also was wir bauen müssen... Oh, das erste... Wir bauen uns einen Campingwagen, wo wir... Boah. ...Schränke reinbauen. Und in die Schränke können wir Sachen scheißen. Oder? Boah, das ist richtig gut. Ja. Und Betten bauen wir da rein. Oh, wir können dann ein Respawn-Point haben. Ist die Frage, ob das funktioniert? Ja, ob wir Betten bauen können, ist die Frage natürlich dann. Aber das ist ja der Hammer, oder? Ja. Ih, was ist denn das da hinten? Was? Guck mal da am Horizont. Ach so. Ich weiß, was du meinst. Aber keine Ahnung, was das ist. Auch ein Riesenhaus. Oder ein riesenalte, kaputte... Was weiß ich. Oh, hier ist noch ein Eimer. Oh, sehr gut. Neh mal mit. Ich kann es mir nehmen. Man nennt mich auch Eimer Abdallah. Oh, was ist das denn? Oh, ein Reifen. Nein. Ich hab keinen Winterplatz mehr. Hab ihn. Sogar ein guter Reifen, Mann. Boah, nicht so ein abgeranzter mit Stöckern drin. Alter. Boah, ich baue jetzt einen Craft-Bot. Ja, komm, hau raus. Zack. Crafte den Bot. Kann ich eigentlich Gasolin auch trinken? Macht der jetzt was? Tarnräder drehen sich. Gasolin trinken? Oh, da in der Mitte. Da in der Mitte. What? Oh nein, ich hab's verpasst. Hier, der ist gerade runtergekommen. Der ist von da oben rausgefallen. Okay. Use. Oh, wow. Ach, du Kacke. Okay. Yo. Ach, da steht jetzt auch, wie wir was bauen. Jetzt können wir richtige Wood-Blocks. Oh, well, tool. Geil. Brick-Block. Ah, okay. Ach, waren das Bricks? Vielleicht? Tools. Hier, Metal-Block. Den brauchen wir. Blocks, Parts. Ganz viele Parts. Interactives. Mod-Parts. Alter Schwede. Können wir den denn auch bewegen? Ich weiß nicht, ich baue gerade was, glaube ich. Ja, ja, so sieht das jedenfalls aus. Wie der sich da von rechts und links in seine Eigengeweide greift. Guck mal. Mal reingucken. Ja, nee, ist noch nicht gut. Dauert auch ein bisschen. Hier. Da ist es. Tting. Collecto. Ja, aber das, das. Warte mal. Kann ich? Ja, was? Ah. Den? Sehr gut. Okay. Kann man mitnehmen, oder was? Ja, den kannst du hier abpicken. Ja, das ist ja richtig geil. Äh, äh, ja. Hm. Wir brauchen ein Auto, wo wir den auch draufpacken. Ja, auf jeden Fall. Was? Was denn? Ach, so sieht das aus bei dir. Wieso? Weil du gerade so einen riesengroßen Koffer auf dem Rücken hast. Okay. Ja, das habe ich bei dir gar nicht gesehen. Warte mal. Hä? Wieso kann ich den jetzt nicht abpicken mehr? Ach so. Ah, ja. Jetzt hast du ihn auch. Ach so. Du hast es auch mit Rechtsklick gemacht, wa? Jo. Wie hast du das denn gemacht? Ich habe es mit dem Aufbocken gemacht einfach. Ach so. Ja gut, das geht auch. Ja, cool. Oh, scheiße. Wo wollen wir denn jetzt mit dem hin? Äh, keine Ahnung. Wollen wir den erstmal hier lassen? Bist du blöd? Hallo? Unser Roboter. Nicht, dass er geklaut wird. Guck doch mal an, wie viel Verkehr hier an der Straße. Wenn den irgendjemand sieht, der denkt sich doch, oh, guck mal. Lost and found. Cool. Das sieht irgendwie auch so aus, als ob du einen riesen Ghetto-Blast oder schultern würdest. Oh Mann. Wir müssen echt irgendwo ein Lager bauen. Wir brauchen nicht nur ein Lager, wir brauchen ein Auto. Das Ding ist, wir wollen ja auch die Karte erkunden. Also Karte, was heißt Karte? Wir haben ja noch nie mal eine Karte. Ja. Stell ihn noch mal kurz hin. Ja. Ich will mal gucken, ob wir jetzt irgendwie schon was Geiles hier bauen können an Parts. Oh, was ist das? Das ist ein Beanhive. Oh, yes. Können wir eigentlich jetzt Autos, äh Autos, Autoteile auch hier bauen? Ja. Ja. Unter Active, da hast du ganz viele schöne Sachen. Oh, ja. Ja, es gibt rote Fässer. Oh. Oh. Ja, let's do it. Oh, ich habe nicht genug Gasolin dafür. Was brauchen wir? Ah, was brauchen wir dafür? Irgendwas, schwarze Tinte. Irgendwas, keine Ahnung, was wir noch nicht haben. Glow Sticks, aha. Paint Ammo. Oh, es gibt einen Drill. Eine Wasserkanone? Alter, was zum Teufel gibt es denn alles? Eine Water Container. Das heißt, du kannst wahrscheinlich auch einen Water Container, eine Wasserkanone bauen und dann kannst du richtig viel Wasser daraus ballern. Ja. Geil. Und Drill. Klopapier. Und eine riesige Sawblade. Gibt Klopapier. Klopapier kann man auch bauen, cool. Stimmt, kann man eigentlich, kann man eigentlich das Wasser trinken aus dem Meer? Das wäre strange. Ja, das wäre strange. Hast du recht. Kann man das filtern? Wollen wir sonst erstmal noch hier oben auf dem Turm rauf? Ja, können wir machen. Teapose ich gerade wieder. Ja, du hast gerade Pilot gespielt. Du weißt was, das ist doch ein Eistee. Das ist Teatime. Ha, ha, ha. Kann ich den sterben? Oh, Sneak Attack. Krass. Richtig angeschlichen. Ja, leider hat es nichts gebracht. Ja, leider kein Bonusschaden irgendwie. Gefühlt. Geil, so ein Sneak Attack. Oh, Vorsicht hinter dir, Marco. Oh, meine Güte. Ich verjacht. Ah, ah, hat mich runtergeschmissen. War so schön am Bein refine. Bein refine? Am Entbeinen. Alter, sind die Treppen steil. Oh, ich brauche einen Treppenlift, ey. Ja. Hey. Hey. Oh, eine Kiste. Was? Oh, es gibt keinen Platz mehr für... Ich auch nicht. Das ist so frustrierend. Ja, wir brauchen echt... Mann, wollen wir uns nicht irgendwas... Können wir noch kein Auto bauen? Können wir denn noch keinen Motor bauen und so? Ja, das braucht alles so komisch viele Sachen. Also, wir können uns ein Scrap Engine sonst machen, wenn wir nochmal zurückgehen. Weil ich glaube, dafür haben wir genug. Scrap Engine. Ja. Ja, gut, dann... Scheiße. Oh, Mann, ich bin so voll, ey. Ah. Einen Inventarplatz habe ich auch nicht mehr. Ah, weißt du, was kommt? Ich schmeiß mal eben hier... Wieso kann ich eigentlich kein Klopapier stacken? Was ist das für ein Scheiß? Ich schmeiß nochmal zwei Eimer raus. Dann kann ich wenigstens das hier mitnehmen. Glowsticks. Glowsticks, Glowsticks. Come on me. Was ist das hier? Kartoffeln? Gut. Und das Gasolin, kann ich das vielleicht doch noch mitnehmen? Nein, du bist voll. Hier, pfeift dir eine Banane rein. Ich kann Gasolinen. Jetzt habe ich die Banane gegessen. Toll. Au. Au. Gut, dann lass nochmal eben wieder zurück, oder? Ja. Weil ich glaube, bis wir die Sachen für die krassen Sachen jetzt fertig haben... Ja, klar. Also, du weißt, was ich meine. Die Sachen für die krassen Sachen. Die Sachen für die krassen Sachen. Ich weiß immer, was du meinst. Oh man, hier sind noch mehr Kisten. Ja, und noch mehr Roboter. Vielen Dank.